hallo und herzlich willkommen wir sind wieder project sibling heute mit anderen rektens wieder extra für euch und zwar gehen wir auf crow feed bad chief auf der neuest musikvideo fall auf also bevor ihr dieses video anschaut wirklich auf jeden fall nicht ein abo darts hast damit ihr kein weiteres video von uns verpasst und damit würde ich sagen wir fangen an oder fangen an ich weiß gar nicht was kommt ich habe lange nicht so von crow gehört oder nichts angehört nichts angehört aber auch nicht so wirklich krass gehört deswegen ich bin gespannt leute ich bin echt gespannt das war ja er oder also es hört sich interessant an aber ich muss da ehrlich gesagt ich muss auch was waren also irgendwie hat der als ich weiß irgendwie hat die melodie was und ich weiß nicht die die art wie er singt und wie die lautstärke von seiner stimme ist erinnert mich bisschen an so songs von an so damalige songs so von so bands irgendwie wie so in den filmen ich wollte gerade sagen irgendwie ich erinnert mich an irgendeinen film ja mich auch irgendwie aber ich weiß nicht welchen aber eben auch so von der lautstärke von der stimme und wie die sich anhört also ich bin jetzt gespannt was jetzt nach dieser hook kommt ja und wie vor allem dieser band schief ist ja ich muss sagen hier fand ich die melodie ganz geil gerade ja aber eben es hat eben so was weiß ich nicht also es hat irgendwie irgendwas der song an sich ich bin da noch nicht ehrlich gesagt richtig drin also man muss glaube ich voll in der stimmung sein den song so zu hören ja also ich bin jetzt gespannt wie die lines sind weil ich glaube wir sind immer noch so ein bisschen in der hook oder also ich kann ich kann es auch noch nicht ganz so beurteilen also ich also ich kenne die songs von crow anders das war der eine bekannte song der bekannten ja das habe ich ja geil ich frage ich das gerade die ganze zeit schreib mal kurz in die grunde ja also hat doch andere musik gemacht also das ding ist ich also ich finde es jetzt momentan klar ich finde es noch nicht so ganz krass dass ich so sagen ja ich fühle es aber ich finde es auch nicht schlecht ich finde das ist sowieso in einem film keine ahnung wo es dann so eine jugendband gibt und die spielen ja für irgendjemanden genau den song und so was hat er gesagt wer ist tot? weißt du nicht ich wollte gerade nur auf die letzte line eingehen bevor ich gestoppt habe ich habe akzeptiert nicht akzeptiert zu sein das fand ich irgendwie geil ok 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 aber das ist glaube ich jetzt dieser bad chief oder also ich bin mir nicht sicher weil es ist dieselbe person mit der maske also wahrscheinlich ist es doch nicht pro also ich hab keine ahnung ich bin ein bisschen verwirrt warum? von dem musikvideo und von dem track ich habe mich gerade nur gefragt ist es jetzt eben dieser bad chief gewesen ist es also ich denke nicht dass es crow war aber ich glaube es sieht anders aus zumindest so die kieferpartie also ich denke es ich bin mir nicht mehr sicher keine ahnung oder ist es für jemand ganz andere schreibt mal kurz in die kommentare was ihr davon habt aber ich habe jetzt vollkommen was anderes erwartet als ich habe das erwartet wie das was wir damals von ihm kannten ohne witz mir fällt der sang ein finde ich ein also ich finde eben der song hat schon irgendwie was also irgendwie finde ich den schon interessant ich komme da einfach an den track nicht rein also ich finde er hat was so also irgendwie irgendwie finde ich der hat was sonst ich also schlecht finde ich es nicht ich sage nicht dass es schlecht ist aber ich finde es eigentlich gut oh mein gott traum also leute der song den wir die ganze zeit gedacht haben es war traum jetzt wissen sie ja es wurde gerade angezeigt dann schreibt doch mal in die kommentare ob das jetzt crow war ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher in dem musikvideo ja wir kennen ihn ja mit einer anderen maske ja allgemein wir kennen ihn nur mit einer maske gefühlt mit einer anderen maske ja aber ich meine auch nur mit einer maske und schreibt einfach in die kommentare ob er es war ob ihr auch verwirrt seid von dem track oder ob ihr den feiert ich weiß nicht ich bin immer noch verwirrt von dem musikvideo und von dem track also ich finde es hatte was also ich bin jetzt nicht so dass ich jetzt ja krass der song ist so hardcore krass aber halt wenn du das vergleichst mit traum ist es halt weiß ich nicht also wie fandet ihr das ganze schreibt es auf jeden fall in die kommentare lasst ein abo da und ein like folgt uns auf instagram und auf twitter auf instagram und schade ich unsere anderen videos an und damit würden wir uns abschieden macht's gut also ciao ciao